Auf 90 Meter gehen! Vorderes Tiefenbohler ist gefallen! Auffall drunter umkuppeln! Vorderes Tiefenbohler klemmt! Hart unten! Scheiße! Weiter Maschinenstopp! Alle mal Achterlos! Schnell, schnell, schnell! Alles nach hinten sind drinnen! Hilfst du als Pumpe ausgefallen? Mit Luft drinnen! Boot fällt weiter! Lastigkeit unverändert! Das Boot muss leichter werden, L.I. Tausende Liter Linsen! Verdammt noch mal! Bring den zur Ruhe, Sanni! Habt das Pumpe ausgefallen? Farger anblasen! Beide Maschinen äußerst die Kraft zurück! Beide Maschinen äußerst die Kraft zurück! Keine Wirkung! Anblasen! Anblasen! Vorne anblasen! Bleib stehen! Jetzt! 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 Jetzt bleibt doch stehen! Alles rein, was da ist, L.I. Alles rein! Alles anblasen! Gesnt das Krass! Oh mein Gott! Oh Gott! Rauch, rauch, rauch! Boot ist nicht zu halten. 200. 210. 220 Meter. 230. 240 Meter. 250 Meter. Mein Gott. Er ist nicht klein. Die Liege sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Schaufel Sand. Der liebe Gott hat uns eine Schaufel Sand unter den Kiel geschmissen. 280 Meter, dass das Boot es mitten hat. Untertitelung des ZDF, 2020 wird das Boot nicht nur die Schaufel geben, wenn es das Boot ist. Und es ist eine Schaufel-Sprache, die das Beste der ZDF-Gerchen ist. Dann gehen wir an. 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 Was ist der Einbruch in dem man es hin will? Was ist der Einbruch in dem man es hin will? Was braucht ihr? Leckwärmaterial! Hau den Wuch auf! Abgas-Klappe! Weg! Da braucht Leckwärmaterial! Scheiße! Was ist das? Die Merlinampe! Warum aufschließen wir denn nochmal? Wo bleiben die Meldungen? Wasser kommt! Auf Paulrahmen! Bleibt das Werkzeug! Weg, 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 weg! Werkzeug! Wo ist es? Sie will die Rettbewerb! Zwei E-Maschinen-Scheithafel sind ausgefallen! Sie ist alles kaputt! Ich verlange ordentliche Meldungen! Verdammt nochmal! Was ist das? 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 Das ist das? Wo ist das? Dann steh ich rein! Wo ist sein Schild! Nein! E-Maschinist! Batterie zwei! Schilden feststellen! Das ist das! Wollt. Vorsichtig anziehen! dass die Welle nicht fressen! Ich seh' dich! Brüggt! Füßt' mich! Ich tritt noch! Ich krieg' dich nicht fest! Ich krieg' den Keil nicht rein! Bitte, Hammer! Macht ihr doch leuchtet! Hängt schon wegen uns! Ich trage nach den Oberleuten! Scheiße, Verdammte! Kann ich helfen? Hier, leuchte mal! Vergiss uns nicht! Ey! Blödes Arschloch! Dammter Idiot! Ich trau's die Wechsel, ich krieg's aus dem Diesel! Bleid euch! Unvergtes Wechsel! Zweiter Schlüssel! So, vorsichtig nachziehen! Keine Wolfen abreißen! Kühlmann verleiten die Slecht! Eintrittsversiel anziehen! Los, runter! Ach, Mann, das kann toll! Hier! Halt! Ah! Hilf! Handeln raufend! Schnell! Dicken links rauf hin! Seid vorsichtig, Männer! Wassereinbruch achtern, sehr stark. Alle Außenbordverschlüsse hat es erwischt. Hüllewasserleitung druckt, Lager ist ab. Die Verdichter hat es aus den Zockeln gerissen. Wellenstoffbuchsen machen Starkwasser. Verdammt, verdammt. Was mit dem Ölauftrieb? Welchen Treibölbunker hat es erwischt? Kann ich noch nicht sagen. Sonst noch Wasser liegt. Batteriezähal müssen eine ganze Menge gerissen sein. Die hörten sowas nicht aus. Schlage Chlorgastentwicklung. Kontrolliert Batterien, welche Wasser mit Lachnussfahrten. Mit Fallstab hochholen. Macht Vorsicht, du wirst du wirst. Wir brauchen jede Zelle. Na, Zitrot, Säure, Bebisch. Sofort mit Kaltmilch an. Dann fest, dass die Zellen ausgelaufen sind. Überbrückungsschäen her. Weilung! Überbrückung, Mühe, Entzendent. Ruhig krieg. Ruhig krieg. Ruhig krieg. Ruhig krieg. Ruhig krieg. Maxal! Das war's.